Der 27. August. Es ist mutmaßlich heiß und heute ist definitiv der letzte offizielle Mess... Gelogen, stimmt ja gar nicht. Der letzte Pressezentrum-Tag der Gamescom, wo die Leute, die dort arbeiten, dann noch sind und danach alle die Flucht ergreifen. Ich weiß nicht, ob ich dort arbeite heute oder nicht. Jedenfalls heute gibt es dieses Video mit dieser Frage für die Kernprobe. Welches Raumschiff wird hauptsächlich von Han Solo geflogen? Der Millennium Falcon. Wie heißt er auf Deutsch? Der rasende Falke, natürlich. Der Millennium Falcon. Der Millennium Falke. Also so heißt er, glaube ich, mal sicher nicht. Das ist mal, das ist ein Denglisch. Entweder heißt er Millennium Falcon oder rasender Falke oder irgendwas. Außer er hat in den neueren Filmen, haben sie ihn tatsächlich so genannt, das, dann müsste ich natürlich jetzt sagen, habe ich mich vertan. Klingt komisch, jedenfalls wusste ich es auch gut.